Hallo! 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 Hi Leute! Heute habe ich so irgendeinen Surpris für Victor. Er ist nicht da. Aber ich will ihm angeboten, dass wir heute Milchshake mit verschiedenen Fruchten machen. Also... Ja und selbstverständlich, dass alles, alles wohl war bei Rewe gekauft. Ich warte jetzt, dass Victor kommt. Dann mache ich ihm eine Überraschung. Victor weiß noch nicht. Ich habe überall in dem Hof und in dem Haus eine Bewaffungskamera eingemacht. Ein paar Stück. Und die sehen ihm aus. Jetzt kommt er gerade. Ja. 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 Opa? Opa? Nein. Aber, hä, man sucht jetzt hier auch so eine Miese. Opa? Opa, ich weiß, dass du irgendwo hier bist. Ich weiß. Opa? Sind sie weg? Nein, weil die Tür auch nicht öffnen. Die laufen ja weg. Jetzt komme ich ja irgendwie vor. Irgendwie ist es komisch. Ha! Hi, Hector! Ja, jetzt bist du dran. Läuft es schon? Ja, es dreht sich. Also. Hast du gerade was mit der heiligen Kamera gesagt? Ja, aber ich wollte dir früher sagen. Aber, Hector. Was machen wir hier jetzt überhaupt? Wir machen jetzt, Hector, wir haben mit dir damals geredet. Um einen Milchshake. Und er hat dir so eine Überraschung gegeben. Wir machen jetzt mit dir viel Milchshake. Ja. Und sogar, guck mal, wir haben Pertbeer, Bananen, Kiwi. Ach so, die anderen hast du weggelassen, weil die Milch in Italien ist. Ja, ja, ja. Die Citoralisten. Geil, das ist eine coole Überraschung. Ja, jetzt können wir probieren. Guck mal, wir machen jede, jede Frucht. Ist das vom Rewe? Ja, alles vom Rewe. Du weißt ja, der lohnt sich, ja. Ja, teuer, aber lohnt sich, ja. Zum Glück haben wir noch eine andere Pratek. Probiert es mal aus, physisch. Zum Glück habe ich es schon früher gekauft. Okay, Hector, wir müssen was machen, ja. Wir müssen alles... Machen wir einzeln oder machen wir alles zusammen? Wir machen... Weißt du, wir machen... Wir machen einzeln... Und dann... Und dann am Ende komplett alles zusammen, ja. Ja. Weil wir irgendwie... Jetzt müssen wir alles waschen, ja. Alles klar, Kinder? Ei, Ei, Captain! Geht das nicht lauter? Ei, Ei, Captain! Ich möchte mich an das erinnern. Wenn sie nur... Wenn sie nur... Äh, Orange wären... Erinnert sie mich an Spongebob, meine Lieblingsserie. Spongebob, 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 Spongebob. Aber hast du alles vom Rewe gekauft? Alles vom Rewe. Wir machen eine Werbung, für die wir immer... Aber leider bezahlen uns die Rewe noch nicht. Aber irgendwann, vielleicht. Leute! Die Leute, die hier in Dietzenbach wohnen... Also, vielleicht wohnen viele hier in Dietzenbach. Aber die, die vielleicht sehr nahe mich wohnen, haben Glück und bekommen so eine Karte von uns. Und das ist legendär bei uns. Und das bekommt man sehr sehr selten. Wir haben schon viele geteilt. Wir hatten geschätzten 30, 40 Stück. Und wir haben... Okay, 30 vielleicht. Aber wir haben es richtig viel schon verteilt. Leider haben wir es noch nicht komplett weiter. Also, andere Städte jedenfalls nicht. Aber hier irgendwo haben wir das verteilt auch. Wenn du willst, bekommt man hinten auch ein Autogramm. Wenn du möchtest. Wir haben dann auch so einen Stift dabei. Und machen da unseren richtigen, originalen Autogramm. Auch aus Rewe. Ja, das sieht man schon. Rot, weiß. Rot, weiß. Victor, von was fangen wir an? Von was? Also, Bananen jedenfalls nicht. Bananen hatten wir letztes Mal. Ja, Victor. Okay, ich weiß was. Mein Vorschlag. Ja, Melonen, ja. Mit Melonen, ja. Ja, Bananen jetzt, Bananen nicht. Aber Leute. Mit Wasser nicht. Überraschung. Am Ende bekommt ihr... Also. Eine riesen Überraschung. Das habe ich euch noch nicht erzählt. Ein, zwei, eins, zwei. Es ist schon ein bisschen losgelaufen, oh sieht schon lecker aus, schau dir mal ein Glas. Also, das ist ein Wassermelonenmittel. Nein, nein, nein. Zuerst musst du Geruch testen. Das ist auch ein bisschen Erdbeer. Es riecht, aber es ist nicht. Also 9 bis 10. Nein, ja. Ich meine, dass... Von 9 bis 10 sage ich. Ich habe voll schluss. Sag aber deine eigene Meinung. 7. 3, 2, 1, 0. Prost! Prost! Mmh, 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 mmh. Fünf, oder sechs. Wenn du ruhigst. Aber nicht schlimm. Schwimm nicht, aber gut, eigentlich auch nicht. Okay, kann man im Sommer sehr gerne haben. Das Geschmack, das kann man sehr im Sommer. Irgendwie Mittel zwischen Wassermelonen und Milch. Also, machen wir weiter. Okay, also ich sag eine klare 6 bis 7, sage ich schon. Nicht meine 5. Stopp! Kiwi! Das ist schon ein bisschen überraschend. Okay. Und dann haben wir Tickte gemacht und Tickte klappt. Tickte. 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 Hallo, ist es dein Klapp? Ja, ist mein Stuhl komplett nass. Also, Geruch, Geruch erstmal. Geruch? Häm? Es riecht genau wie Banane. Nein, aber es riecht genau wie Banane. Okay, wie geht es mit dem Geschmack? Banane ist eigentlich 8. Aber das ist ein bisschen weniger wie Bananen. Also ich sage es ist 1 bis 2. 2. Prost. Weg damit. Du machst nie wieder Kipi. die ganze Zeit jetzt. Das ist schlimmer als Kacka, ja? Wie hieß das? 3, 2, 1 Also Start, starten Okay, ähm Trauben 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 Da Trauben auch gefragt, wann wieder Backvideos kommen. Keine Sorgen, dass es jetzt schon wieder kommt. Wir werden vielleicht als nächstes eine Dose gucken machen. Was ist mit dem Geruch? Riecht nach Milch. Ich sage eigentlich 2 bis 3 Geruch. 3, 2, 1, 0, Blast! Wodka trinken! Ja, das liegt ja. Vielleicht ein bisschen zu viel Milch, oder? Ein bisschen zu viel brauchen, bitte. Ja, aber diese Kern-Logazine, oder? Aber sonst ist es gut, ja? Gut. Mit Drauen ist gut. Okay, ihr wolltet auch, dass wir anderes machen. Aber wir haben es gewünscht. Aber leider wird der Milch dann bitte. Und das... Und dann haltet das weg. Okay. 3, 2, 1, stopp! Und dann noch das weg. Mango. Nein! Mango machen wir gleich. Wir wollen auch den Trick zeigen. Also zuerst etwa. Wir? Weißt du warum? Hm? Ich habe das umgestellt, als du nie gesehen hast. Stuck mir das. Drei, drei, eins, null. Drei, drei, zwei, eins, null. Prost! Bisschen nicht schlecht, dann bist du. Ich finde, bisschen schlecht. Nein, vielleicht ein bisschen weniger socker, oder? Ja. Aber trotzdem besser als die Kirche. Ha! Ha! Drei, zwei, eins, start! Ich glaube, ich werde wieder wieder... Ich lasse mich... Wieder da. Okay, Wasser! Ach, nein! Okay, voll hier! Oh, Entschuldigung, Ben! Ha, 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 ha! Also... Das sieht aus wie... Ey, das sieht einfach aus wie normale Milch! Ey, Leute, das sieht aus wie normale Milch! Riecht aus wie Milch einfach! Riecht aus wie Milch einfach! Drei, zwei, eins, null! Prost! Machen besser als die Kirche! Ja! Boah, das schmeckt jetzt auch bitter! Das schmeckt 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 auch bitter! Okay, dann machen wir jetzt Mango! Wir werden jetzt den Trick zeigen, Opa! Ja! Den Trick habe ich Opa beigebracht! Jetzt zeigen wir den Trick! Drei! Drei, zwei, eins, null! Und so ist es auch! Das schmeckt auch bitter! Aber bitte schreibt das! Was liegt dir von unseren Videos? Ja! Backen? Watch or write? Okay, quasi sehr witziger, ne? Oder jetzt so... Und dann haben wir auch ein neues Fach gefunden! Smoothie! Aber Leute! Smoothie gehört zu Backen! Gehört nicht, aber wir machen sie! Ja! Also wenn ihr Backen sagt, dann habt ihr auch Smoothie! Ist auch gut! Und auch Quatsch und so nicht! Also die machen ganz viel, ne? 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! ist glaube ich ich finde das finde das glaube ich richtig gut das hat ein freund von dem freund sagen markus markus ist wirklich ein guter also wirklich wirklich gut gemacht ich habe schon gestern gesehen das ist einfach und er macht das leider stunde schon so hast du was kannst du so ein auto machen das ende also ich mag 3 bis 3 2 1 wo Boah! Ahm! Boah! Willst du den Schacht riechen? Ahaha! Schmecker! Puh! Puh! Okay Leute! Weil ich so ein lustiger bin... lustiger bin... lustiger Mann bin... Prost! Diese, das allerletzte, ist eine riesen Überraschung... Bei diesen allerletzten haben wir eine Banane... Haben wir... Wir haben da auch Erdbeeren, Mango, Kiwi, Melone... Jetzt machen wir alles zusammen! Ja! Drei... Zwei... Ein! Ger늘. Geschmack wird hier neuerer Geruch dentun. Wie sagt 9 bis 10? 9 bis 10 und? 3, 2, 1, 0 Prost! Prost! Oho! Toll! Geschmack 12 Unendlich Ja, 13 Das ist er! Alles zusammen Alles zusammen muss Da kommt die Tochter Aber richtig schmeckt Vielleicht alles auf meine Hose getropft Und die Kiwi ist nicht schlecht Ja, hier auch alles zusammen Boah, am Montag bin ich gerade ein bisschen sauer Wegen Kiwis Nein, nein Das war am besten Also, nachmachen Leute, das war's für heute Schreibt uns Kommentare Like uns Abonniert uns Wenn jemand guckt Ist unser Freund Guckt und Abonniert Zweimal Freund Abonniert uns Schreibt gute Kommentare Dreimal Freund Aber heute habe ich jemanden begrüßt Ja? Ja Hast du begrüßt? Ja, Slavik Junge Slavik Junge Okay, das war's Tschüss! Tschuburu Tschüss! Tschuba tschüss Tschuba tschüss Tschuba tschüss Tschau kagau Tschubanak Tschuburu Schau musik T com constat Moh Untertitelung des ZDF, 2020